Herzlich willkommen, meine lieben Zwillinge, zu eurer kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon in eure nächste Kalenderwoche, 26. August bis 1. September und ich schaue mal, was ich da sehen darf. Oh, Gerechtigkeit. Mhm, mhm. Okay, weg aus den Illusionen, weg von dem Herzschmerz, Vertraue in den Prozess, aber bitte pack deine... Okay, es geht hier tatsächlich in erster Linie um eine Entscheidung. Die Gerechtigkeit zeigt eine Entscheidung, die dann im Stein gemeißelt ist. Ich habe ganz stark das Empfinden, dass es um eine Entscheidung geht, die du schon bitterlich bereust und bei der du sagst, oh, hätte ich das mal nicht gemacht. Aber, ja, Entscheidungen, gerade wenn es um Trennung geht, wenn es darum geht, sich von Menschen fernzuhalten, die einem nicht mehr guttun, diese Entscheidungen sind schwierig, tun weh und sind auch schwierig durchzuhalten. Das Interessante ist, diese Kartenlegung sagt hier ganz deutlich, ja, der Weg ist im Moment hart, es ist schwierig, dir blutet das Herz, du stellst quasi alles in Frage, was man in Frage stellen kann, aber vertraue hier dem Prozess. Wenn du eine schwierige Entscheidung getroffen hast in letzter Zeit, dann hör auf, darüber nachzudenken, es war wichtig. Du hast dir darüber Gedanken gemacht, du bist wirklich auch tief in dich gegangen, das ist keine Entscheidung, die dir mal eben lockerflockig von der Hand ging, sondern vertraue dem Prozess, es wird sich irgendwie auszahlen. Und, ja, man struggelt hier, es ist schwierig, da ist auch Herzschmerz. Ich bin auch der Meinung, wenn Menschen sich von anderen Menschen trennen, dann haben sie auch jedes Recht, unglücklich zu sein, beziehungsweise Liebeskummer zu haben. Das ist nicht so, dass derjenige, der sich trennt, oder derjenige, der verlässt aktiv, dass demjenigen, das danach super, super gut geht, sondern hier, nimm das ruhig wahr, wie es dir geht und dass du vielleicht auch Herzschmerz hast. Und hier sehen wir, es wird langsam, aber mehlig ruhiger. Sechs der Schwerter, auf zu neuen Ufern, beziehungsweise auf in ruhigere Gewässer. Hier ist das Wasser noch sehr aufgeraut und da geht es langsam in was Ruhigeres rein. Und das dauert. So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Legung hat euch trotzdem irgendwie gefallen oder Mut gemacht. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich über ein Herzchen. Und ich wünsche euch ganz viel Kraft und Mut. Und wie gesagt, hört auf, immer eure Entscheidung zu hinterfragen. Die wirkt gut und klar, sich vorher überlegt. Und dann ist das auch richtig so. Vertraut dem Prozess. Meine Lieben, danke und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.